Mir wird ja mal vorgerufen, ich würde zu wenig Leute besuchen. Dann machen wir das heute nochmal. Und dann hab ich wieder welche verloren. Das ist natürlich schade. Ich muss unbedingt mal auf diese 1000 Juwelen kommen, damit ich mal meine vierte... Weil meine vierte kleine Bauhütte endlich mal bekomme. Also gucken wir uns mal unseren, gucken wir uns mal unseren... Ich sage jetzt einfach mal Freundesclan an. Äh, wo ist er denn? Oder soll ich den mal eben besuchen? Ich weiß nicht, ist auch kein... Halt jetzt, wenn meine Tastatur auch mal gehen würde, wäre ich auch mal sehr dankbar. Rentelis. Ja, wäre ich auch sehr dankbar, wenn die Tastatur mal gehen würde, aber das Dingi... Äh, wer ist das denn da noch los? 15.000 Trophäen haben die Guten. Da sind einige mit ein bisschen mehr auf jeden Fall. Muss man mal so sagen. Wo ist denn hier Kollege Rentelis überhaupt? Ist der hier auch irgendwo noch? Oder ist der am Trophäen sammeln? Mal gucken mal, da ist er doch. Ähm, man, man, man. Wie schlammen wir denn überhaupt? Oh, wir haben nur 14.000. Ich bin auf Part 6, geil. Oh, Play Your Game ist auch neu. Gucken wir uns auch mal eben an. Den gucken wir uns auch mal eben an, was der so gemacht hat. Entschuldigung. Musste ich mal husten. Ja, wir haben, okay, wir haben echt ziemlich viele Leute mit Rathaus Level 7 im Clan, muss ich mal sagen. Aber das wird sich natürlich auch irgendwann ändern. Wenn ihr mal alle upgradet, dann werdet ihr auch Rathaus Level 8 sein. Und ich werde vielleicht irgendwann auch Rathaus Level 9 sein. Aber es wird doch auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Und zwar, wir können mal gucken, wie lange das dauern wird. Bogenschützenturm Level 8. Der muss noch hoch. So. Der hier ist... Na, Level 9. Der ist auch Level 9. Kann ich auch noch upgraden. Das heißt, muss ich auch noch machen. Das heißt, ich muss noch drei Bogenschützentürme upgraden. Kann ich den auch noch machen. Muss noch... Boah, Alter. Der muss sogar noch zwei Level hoch. Wo ist eigentlich der dritte hier? Der verborgene Tesla muss auch noch hoch. Die Kanone, okay. Die wird dann auf Level 10 sein. Das wird dann so eine goldene werden. Die müssen alle drei noch hoch. Da nehme ich sogar mehr vor, ne? Vier. Die müssen alle vier noch auf Level 10. Boah, das wird noch dauern, ey. Die Mauern müssen alle mindestens noch auf Level 7. Also vorher gehe ich auch nicht hoch. Bevor die nicht alle auf Level 7 sind. Ja. Und dann kann ich auf Rathaus Level 9 gehen. Und das wird wie lange dauern? Ja, 10 Tage. Okay, da kann man dann trotzdem schon mal ein bisschen eher vielleicht anfangen. Aber trotzdem... Vorher will ich auf keinen Fall... Alter, diese Ausschläge hier in dieser Aufnahme. Die machen mich ein bisschen nervös. Teilweise... Ja, normalerweise ist der Ausschlag immer ganz gut. Hier eine Aufnahme mit dem neuen... Ich habe einen neuen PC. BlueStacks erkennt er natürlich nicht. Dafür kann ich dann jetzt ungefähr achtmal so schnell rendern. Das heißt so, ich denke mal so in 1,5 Stunden. Oder sagen wir mal in einer Stunde ungefähr. Ich würde mal sagen in einer Stunde. Also ich rendere jetzt wie die Katzen mit dem neuen Rechner. Nur das Problem ist, der Upload. Ich habe Telekom 16.000 mit ungefähr 1,1 Mbit Upload. Immer noch ein bisschen langsam. Tut mir leid. Aber wir wollen ja auch noch angreifen. Ich habe aber immer noch das Armeelager. Es ist alles leer. Es dauert, es dauert, es dauert. Einfach so ultralange, bis ich mal Truppen habe. Das ist echt... Es ist zum Kotzen echt. Es ist auch irgendwie nichts los hier gerade im Clan, durch das Gefühl. Ist auch kein... Ja, wir chatten mal ein bisschen rum, würde ich sagen. Gucken wir uns Julian noch an. Wenn wir jetzt hier gerade mal noch sind. Mir wird ja immer vorgeworfen, ich würde zu wenig Leute besuchen. Dann machen wir das heute nochmal. Alter, das ist auch eine schöne Base. Muss ich mal sagen. Das war jetzt ein bisschen zerstört. Okay, aber ich finde definitiv eine richtig schöne Base, die er hier hat. Mit seinem Rathaus in der Mitte. Ich tippe doch mal. Das hier ist ein Goldlager, was hier zerstört ist. Ne, ist ein Minenwerfer. Okay. Minenwerfer 1. Wo sind die anderen denn? Da ist 2. Dann ist hier bestimmt der 3. Ne, das ist der Magier-Turm. Wo ist denn noch ein Minenwerfer? Hier? Ah. Ah. Ich kann nicht da draufklicken. Doch da. Okay. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine schöne Base, muss ich mal sagen. Gefällt mir gut. So eine, ich würde es mal sagen, Hybrid-Base. Ist das ja wahrscheinlich. Zum Farmen und zum, ja noch Pokale nicht verschenken, sage ich jetzt mal. Dann ansonsten noch hier die Bogenschützentürme auf Level 9. Die Kanonen hat da schon alle auf Level 10. Das habe ich noch nicht. Minenwerfer hat da schon auf 6. Die Magier-Türme, ach die müssen ja auch noch hoch. Habe ich auch vergessen. Alter, das regt mich jetzt schon wieder auf. Armeelager. Oh, Drache auf 3. Den habe ich auch noch nicht. Das wäre auch noch definitiv ein Punkt, den ich dann noch angehen will, dass ich den Drache noch auf Level 3 mache. Will jemand einen, ich habe ja schon, ich habe ja schon, ich habe ja schon mal, meine Anfrage müsste noch unten sein. Was? 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 Wen? Welche Anfrage? Welche Anfrage denn? Ich habe auch keine gesehen. Ich sehe, ich sehe keine Anfrage. Guck, ich scroll das eigentlich mal ganz runter, aber irgendwie ich sehe nix. Du, 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 ich sehe überhaupt nicht. Hä? Warte, 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 warte. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Alter. Alter, ey. Mein Handy wird schon ein bisschen wärmer, aber das ist noch kein Problem. 13 Minuten. Joa. Oh, Oliver Pocher sehe ich gerade, ist im Doppelpass. Na, meine Fresse, ey. Der gehört auch da hin auf jeden Fall. Definitiv gehört so ein Mann wie Oliver Pocher in den Doppelpass. Ganz wichtig. 11 Uhr haben wir gerade. Joa. Ah, da ist Wall, Wallmann ist da. Ich kenne ihn jetzt nicht neu im Clan, keine Ahnung. Wir haben immer noch nicht unsere Lager ansatzweise voll. Ich werde auf jeden Fall gleich die Gegnersuche rausschneiden, aber der wurde abgelehnt, Monkey Boy. Na, ich hasse es mit dieser S2-Tastatur zu schreiben. Äh, es ist eine Qual. Entschuldigung, muss ich nochmal einmal husten. Ach, Mann, wieso wird das denn hier nicht fertig? Oh, unsere Clanburg ist jetzt gleich auch voll. Ähm, allerdings, ja, wie ich das so sehe, ähm, ja, die füllt sich schon ganz gut, die Clanburg, aber irgendwie nicht schnell genug, wenn ich das mal so sagen darf. Denn wir haben erst 111 Plätze besetzt von 190, das ist echt nur ein bisschen wenig, deswegen würde ich einfach sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Cut, mache das jetzt als Folge hoch und dann mache ich später nochmal eine Folge, die mache ich dann mit Angriffen voll. Deswegen würde ich mich schon mal bedanken für's Zugucken, äh, ihr wisst ja, wie es läuft, abonnieren und so weiter und so fort. Macht es gut, tschüssi. 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 Macht es gut, tschüssi.